Hallo und willkommen zurück zu Wayland Hearts. Jetzt sind wir hier im Untergrund und schauen mal was wir jetzt hier machen müssen. Hat er wohl keine Füße? Ich hab Stunken! Okay gut, wir gehen mal rauf. Gut, dann können wir wieder was drücken. Das Labyrinth. Okay, wie gesagt, wenn ihr es anschauen wollt, nicht? Ihr wisst ja. Wie kommt denn der Hund jetzt so rüber? Ach, da hast du durchgelaufen. Okay. Gut, wir warten mal. Wo sind die? Ach, dort hinten bestimmt, ne? In dem Haus. Na, da warten wir lieber mal ab. Geht er wieder weg? Da flotzt wegen... Ja, aufzubellen. Da flotzt ein bisschen doof. Gut, machen wir rüber. Okay, das war knapp. Okay, wir müssen dann gleich, sobald der einen Rückzug antritt, müssen wir hier drüber laufen. Er ist ja ziemlich schnell, dieser Schlümpf hier. Gut, gucken wir mal. Was tut er nur? Und wir sind schon drüben. Das ist sehr schön. Wir sind wieder versteckt. Gut. Oh, da sind ja? Schau dir eine auf die Mitte, Junge. Ja, boing. Geh mal hier rein. Oh, sie liegt auch noch. Okay, Kollege. Hier liegen doch Sachen rum. Okay, hier liegt Dynamit. Hier liegt Dynamit. Jetzt kann ich überhaupt nicht sein. Jetzt können wir den Hund hier durch. Mal gucken, was hier ist. Gut, schließen wir... Halt, holen wir erstmal das Ding und schließen das hier an. Nicht wahr? Ich habe schon den Gast hingelegt hier. Gut. Schließen wir mal an, dann holen wir mal das Dynamit. Und hier hinten ist schon wieder ein Schütze. Naja. Was denn der? Ist denn der hässlich oder was? Also. Ist das schon angeschlossen? Nein. Okay. Eine ganz schön lange Strecke hier. Mit dem sein Geschlecher. Halt, um zu gucken, wie hier noch was ist. Deswegen habe ich meinen Hund hier mal geschickt. Was? Hallo Hund. Auch dort. Gut, wir lassen den Hund mal da hinten. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig. Hm. Gut. Sobald er hier einen Fisch macht, rennen wir rüber. Komm, zieh ab. Sieh zu, dass du Land gewinnst, Mann. Hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Ich habe auch nichts zu verkaufen. So. Okay. Das sieht's doch aus wie Dynamit anbringen. Ja. Gut, das geht schon mal nicht kaputt. Gut. Hm. Ich bin ein bisschen geschehen. Ach, da kommt Gott wieder. Zieh ab, Mann. Na, hier gibt's nichts. Siehst du doch? Ich habe nichts. Ich habe nichts zu verkaufen. Der ist so lörmarschig. Mach den Lauf zu. Manometer, manometer. Jetzt rennt er. So, ein Döffel. Wir brauchen noch mehr Dynamit. Aber woher nehmen wir nicht stehlen? Ah, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Oh, was ist denn hier? Kommt drauf, was kaputt machen. Ne, doch nicht. Passen. Ah, ein mein guter. Nimm. Gucken wir noch was nehmen? Ne. Hier liegt doch was. Ich will das nehmen. Ah, sehr schön. Gut. Okay, hol ich mal meinen Ufi-Bau her. Ja, was willst du denn von mir? Ja, das haben wir doch schon alles. Wir sind doch nicht doof, Mann. Hm. Komm, gib das her, mein Bruder. Fein, mein Dicker, fein. So. Ja komm, mein Dicker, ja komm. Ja, fein. So, jetzt noch mal rüber, noch mal rüber. Einmal rüber, einmal rüber, schlup-di-duf-di-duf-di-duf-du-dum. Kommen Sie zu, ob das die Limpke winzt hier. Uuuh. Ja, bellen noch ein bisschen. Das machst du so fein, mein Wuff-Wuff. So ein guter. Mit deinem Gebälle. Der Hund ist mor. Ach ne, gut. Der steht ja, wenn der nebenfliegt wieder in die Luft, oder? Ja, cool. Und ihm, mach mal. Mach doch nicht. Scheiße. Macht er leider nicht. Das ist natürlich Mist. Komm, mach doch hoch, ja. Ja. Ja, ja, ja. Oh, der Solarmarsch ist. Das ist doch Irre. Und... Ups. Okay, jetzt kann ich wieder durch. Hier quennt alles. Und geht weiter rein. Oh. Gut. Gucken wir uns hier mal um. Ach du Gott. Was ist denn das hier? Okay, wir bleiben mit dahinter. Ich muss nicht, dass der uns hier abknallt. Das fände ich natürlich sehr, sehr traurig. Okay, muss mal wieder buddeln. Okay. Gut. Dann graben wir mal wieder. Na. Oh. Hm. So, wenn das so rumdreht, graben wir uns durch und hauen den... meinen Löffel auf den Kopf. Oh, geht nicht. Gut. Okay, wir können ihn nicht K.O. schlagen. Komm kurz weg. Oh, was ist denn hier? Hm. 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 Na, nicht zuhauen. Du sollst was nehmen. Was haben wir denn? Brief eines deutschen Soldaten. Liebe Andrea, wir sitzen seit Januar hier in diesem Loch und ich halte es nicht mehr aus. Ich bin jetzt absolut satt wie eine Ratte zu Hause. Ich vermisse mein altes Leben, um dir unter den Linden zu flanieren. Ich vermisse sogar die Arbeit in der Fabrik. Liebe dein Täter. Ja. Krieg war auf allen beiden Seiten grausam. Muss man immer wieder dazu sorgen. Gut. Okay. Geht's. Oh, hier ist ja noch was. Kann ich hier durch? Hm. Ich will hier durch. Hm. Leck's mich am Arsch. Hm. Was ist denn hier? Muss ich wieder buddeln. Okay. Stoff. Ich stehe auf Stoff. So, und jetzt? Na gut. Wie komm ich denn da drüber? Mann. Ich stehe auf Stoff. 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 Ja, kommt vielleicht. Haben wir noch einen anderen Eingang hier. Ein anderer Eingang wäre ja auch ganz nett. Gut. Du bist. Dreh dich. Hm. Dreh dich mal um. Ich würde meinen Kochlöffel auf den Schädel knallen. Komm, dreh dich um. Scheiße. Wieso hat er die jetzt nicht dort drüber geworfen? Was ist da denn drauf? Also nochmal rein. Nochmal eine Flasche holen. Ich hole mir eine Flasche Wein. Flasche Wein. Flasche Wein. Ich hole mir eine Flasche Wein. Die haut zu doll in die Birne rein. So eine Flasche Wein. Aber man kann doch vielleicht mit dir auch schon hören. Okay. Das ist extrem kalt. Gehen wir nochmal rein. Hm. Was ist denn das für ein Drohlu? Kaffee macht gute Laune, habe ich gehört. Okay. Ist hier noch irgendwas? Mal warte hier rüber laufen. Nee. Nein. Okay. Also müssen wir die Flasche irgendwo dort vorzuwerfen. Werner seht jetzt irgendwo, ich will schon zeig. Also irgendwie noch links werfen. Hm. Na komm. Jetzt dreh dich um. Gut. Na dreh dich um. Gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Weil ich hier nicht vorbei sehe. Wollte mich jetzt jetzt hier vorordern. Kleine weiße Brieftaube fliege übers Land. Ach nee. Das sind ja Hilfestellungen. Also ich muss den glaube ich loswerden, sonst schießt er nicht einfach ganz mies über den Haufen. Und da war ich ja ganz ganz traurig. Was ist denn das mit der Scheiße? Was ist denn das mit der Scheiße? Die müssen mich jetzt hier verarschen. Also irgendwie wollen sie mich doch jetzt hier drin vereimern oder? Hm. Wir gehen doch mal ganz rüber und werfen dann die Flasche. Wir gehen jetzt mal ganz rüber noch. Halt die Klappe. Wir gehen jetzt mal ganz rüber. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Komm, hol's Kopf, dreh dich um. Gut. Ah. Na durchschauwählen. Ah. Boing. Wir gehen jetzt mal. Höhöhöh. Okay. So ein Kochlöffel ist wirklich etwas ganz hartes. Hätten sie das gehabt? So, hoho. Hätten sie das in der zweiten Weltkrieg gehabt? Aber da war es abgegangen mit Kochlöffel. Da hätt es aber auch mal einen Pulli gegeben mit Kochlöffel. Was ist denn hier? Ich brauche... jetzt brauch ich doch hier so ein Ding. Ja, da stand ich davor. Noch einer? Jetzt leck mich aber mal. Brauch ich noch eine Flasche, was? Warum kann man denn eigentlich nicht die... Gut, nehmen wir noch eine Flasche. Und schmeißen die halt mal dort hinter. Ach man. Der ist dick, der ist bärdisch. Wieso tut der dann eigentlich nicht ganz einfach... sich eine deutsche Uniform anziehen und mit durchlaufen? Das sieht doch genau so aus. Und jetzt hau ich dir mal einen Löffel auf den Kopf! Und hier? Oh, hier liegt was. Oh ne Sardinenbüchse! Wie cool ist das denn? Sardinen-Konserve. Ach, Mann, oh! Ah, der Hebel! Sehr schön! Sehr schön, sehr schön, sehr schön! Oh, danke, thou Brian! Mach mal den Ewig! Barst du nur noch mal zu schleichen. Wir haben ja alle K.O. geschlagen. Mann! Komm, renne mit dir. Wiii, aber bist du knuffig. Bist du ein knuffig Hund? Na komm. Jaaa, der ist doch K.O. hier. Den haben wir doch schon längst K.O. gehauen. Was ist denn hier? Hier brauchen wir einen Schlüssel. Den hat dieser Klaupperkopf hier drüben. Hallo. Mann, ein Dio. Ist da einfach nur blöd? Wo sieht er das nicht? Komm, gib her. Wein, 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 wein. Wein, wein, wein. Hat auch mal feine Wurst gegeben, ne? Gut, gehen wir mal hier rein. Was ist denn jetzt hier? Ja. Hm. Wuuuuh, Hakulis! Boing, boing, nice tommy say he is eh, he let's have bonn come on your lane eh? Wir drehen und drehen und drehen und drehen, wir geben das, dann machen wir mal so weit Das ist jetzt aber schön scharf Na, hier ran wollte ich Ok, wo ist das Ding? Hier Wir lassen das mal runter Du bist nicht so rüber gelaufen Du bist hier drauf Na? Das geht ja schon mal nicht so Müssen wir das mal anders tun Und zwar Mach mal Dings da hier Geht her, ich habe ein großes, großes, schweres Rad Ich stehe auf schwere Räder Hm Hm So Nutzen wir das mal Ah, das ist so Wir drehen Wir drehen Ich drehe doch hier voll am Rot Oh, ist schnell durch, bevor es wieder zugeht Ich spiel's rauch alles zu Komm, Babau Ok, was denn jetzt hier Halt Das ist so Was ist das denn? Es ist so Schöße Na, wir werden die Ja Schöße Aber wir werden die benutzen Ah Du 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 voll voll singt und da ist wieder weg Barun von Dorf war erneut entwischt, aber immerhin war es Emil gelungen, Medikamente für Freddy zu finden. Schon bald waren sie wieder unterwegs. Am Ende einer Irrfahrt, die sie bis nach Reims führte, stießen sie schließlich wieder auf die Spur des flüchtigen Barons und seines Zeppelins. Die Spur des flüchtigen Barons und seines Zeiss Die Spur des flüchtigen Barons und seines Zeiss Ach die Scheiße. Was ist jetzt? Und was macht er denn? Schon wieder so ein Klapperköpf. Ups, ums, gut, das ist auch weg. Na toll. Nun gut, liebe Freunde, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Teil. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und dann sage ich nur eins, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.